so moin moin die leute herzlich willkommen sagt gegrüßt zu einer neuen runde hier form ls 22 zusammen wieder mit shelly in form von juni und der name ist noch auf shelly eingestellt aber gibt schlimmeres und daher ja gerade frisch aus der schule gekommen schnell hast du eigentlich genau für vor der schule hat noch schnell was gegessen und jetzt hält sich heraus gar nicht hände gewaschen und ich hände gewaschen hat auch man hier nicht an rechner weil ansonsten gerade kinder natürlich dazu neigen eines vollzuschmieren wir müssen noch ein paar bäume sägen also baulich hätten sie so bist du viel zu langsam weil er dachte ja klar kannst du nicht schnell laufen und die ketten sehen so feld 14 es warten noch bäume auf uns welch ein wunder aber nicht mehr so viel und ich glaube so zwei ziemlich schnell durch damit ich habe mich heute doch noch mit den bäumen man jetzt ohne kanalwetter aber normalerweise müsste ich aber dann wo zusammen schneller wo ich mich bewege auf der rechte zu weisen muss es gehen also die wette die bäume sind blöd du musst du dann bedarf mal gucken ob wir mit wegenden das gras hier mähen können aber das ist ja nicht so schnell die letzten bäume die fallen immer nach links fangen sie bei dir immer nach rechts wenn ich mich immer umdrehe so habe ich noch nie einen baum gesägt aber auch die bäume fallen immer nach links ja wenn du nach rechts siehst also in die richtung wo du guckst sind wir aber nicht am baum der blick war von rechts nach links du musst dann von links nach rechts drehen du musst die kettensäge einmal rumdrehen ja du willst nur noch die bäume du willst mal einsammeln nachdem wir auf der straße liegen ja das ist aber schön servus ich wollte eigentlich gleich nochmal die eine ladung holz verkaufen das war heute nochmal großes geld verdienen wollten jetzt nicht nur hier räume sägen aber ist natürlich auch gut wenn man das mal geschafft hat ich komme voran ich komme voran ja wenn du von links nach rechts sägst wenn du die säge so rum hast dann fahren sie nach rechts dann fahren sie nach links ja nicht mehr ich muss wieso muss ich hier hin ich muss hier hin ich muss hier hin so so lange dauert hier wieder noch mehr bäume als man denkt was machst du denn da jetzt kommen wir da jetzt auch durch was andere aber nicht mehr durch einen anderen Baum und zwei Autos stauchen selber auf zwölf darfst du das nicht? ne darfst du das nicht? nein darf man da nicht? nein darf man da nicht? darf man wirklich? wo ist er denn? das hast du aber auch die super stärke dann nehme ich dir die super stärke wieder weg so mach kein quatsch sonst ist es feierabend für die stunden und wieder ordentlich spielen oder nicht wo sind denn die hier sind auch noch mal Bäume ich kann sagen wo sind die holzautoloader stehen ja hier hinten noch bei der Reihe hier sind auch noch mal Bäume mit 14 ist halt riesig ich soll schon mal gleich holz sammeln hier wie so ein paar Bäumchen ne? aber da habe ich auch echt erstmal keinen Bock mehr auf Holz also hier im wilden Westen ist danach erstmal kein Holz mehr also eigentlich darf ich keinen in den Feldern mehr kaufen jetzt ist ein Objekt weit laufen wir einfach rum und lassen die ausblenden aber ist irgendwie auch blöd aber das ist ein Objekt hier vorallem ist ja hier hier auch da ja mach doch irgendwie auf dem tisch oder so ja auch kasse Auf der anderen Seite kommen eine Menge Fahrzeuge, die biegen gleich ab, Milchlaster und Autos. Ich weiß nicht, ob ich noch ein paar Bäume sägen wollte, damit ich das schaffe, dann können wir nicht Big M fahren. Das sind bei einem anderen Baumstück schon, hier sind noch viel mehr Bäume. Mehr als ich dachte. Hier die ganze Reihe. Da müssen wir gucken, ansonsten schicken wir sie, laden wir sie gleich auf und dann schicken wir die Autoloader erstmal wieder in uns zum Sägewerk oder zur Verkaufstation. Mal gucken. Mal gucken, ob noch mehr Stau entsteht. Mal gucken. So. Jetzt haben wir heute wahrscheinlich auch an die 300 Bäume wieder gefällt, wenn man jetzt das von vorhin noch mit zählt die letzte stunde das müsste sich schon wieder reichen für die ersten ladungen wir sind jetzt bei feld 14 schon automatisch das geht zum sägewerk holz liefern so irgendwie noch weg ich lasse fahrt nicht selber kann sein dass jetzt längst da muss einer reingeraskt ob es ein unfall gibt auch rechtlich noch vorher so verkauft bauernmarkt holz okay ist ja auch noch richtig eingestellt wird wird sonst auch richtig noch mal die bäume schon was arbeiten da ja bäume sind alle müssen weg du siehst keine bäume mehr gut leider keine hilfe du hast bisher zehn bäume gefällt irgendwie in 14 minuten dann hast du es nicht wie sie ein video gemacht was wir im video macht sind eigentlich kein container mit dabei diesen eintracht löscht da bin ich nicht so auf der karte dann muss man taschengeld raus hier besser nach 100 1 cent pro bau nein hier sind die bäume die müssen weg kannst du danach wenn du noch nötig ist aber erst mal die bäume hier weg ja auch der schützen ist ja auch ziemlich groß hier rundherum ist halt viel rand wenn man gleich mit dem weg ermähen kann wenn man die bäume weg hat doch immer vermehrt alles dollar weg auch 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 Bound Fate Kommen wir weg von den Bäumen So, war's da bereit Hier gibt's kein Klauber hier Kommen wir schon mal die Stimmen weg Jo 17 Stück So Jetzt können wir erst mit der nächsten Portion abholen Aber wir können jetzt mal noch den großen Verkauf vorbereiten Das muss man noch nicht versinnen Wir haben den richtigen LKW-Schwind mit dem Verlitten So 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 Ne Mach runter So Was war das gerade mit Rheinkreis Ob das kaputt geht Kein Trikot Gott So 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 Holz mit dem gleich sammeln Zurück und dann gleich Holz sammeln So So In der nächsten Folge Leute Wollen wir mal ordentlich verkaufen Dazu, dass der Kontostand sich in die richtige Richtung bewegt Und ja mal schauen Wenn wir mal irgendein Feld kaufen So 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 Wenn der angekommen ist Muss man den Helfer rausnehmen und dann Was steht da im Fenster steht wie lange er noch braucht bis er da ist Holz auslagern 32 Paletten So 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 Dann wollen wir das Lager wieder leer machen So Dann wollen wir das Lager wieder leer machen Jo Junior versucht so ein bisschen zu unterstützen Aber Quatsch Alles klar Jetzt gerade aber ein Fettrad mit Autodrive Das kennt er ja auch noch nicht so gut Die Fettrad Hab die Ugasanlage vorbei So Das ist die erste Lagerung Holz 780.000 Liter Holz Die verkaufen aber erst in der nächsten Folge Leute Na ja Kurze Pause Bis zur nächsten Folge Vielen Dank Bis dann und tschüss Bis zum nächsten Mal